Der Proceratosaurus Der Proceratosaurus ist ein kleiner Fleischfresser aus dem Mitteljura und einer der ersten Vertreter der Tyrannosauridea. Dieser Dinosaurier wurde aufgrund seiner ausgeprägten Nasenleiste fälschlicherweise als Vorfahre des Ceratosaurus identifiziert. Dieser Leiste hat er auch seinen Namen zu verdanken, der Vorläufer des Ceratosaurus bedeutet. Da die Nasenleiste des einzig bekannten Exemplars nur mehr fragmentarisch vorhanden ist, könnte sie in Relation zur Größe des Schädels wesentlich länger gewesen sein als das Horn des Ceratosaurus. Ja meine Freunde, leider fällt das Ganze beim Proceratosaurus etwas kürzer aus. Das liegt daran, dass ich jetzt gleich arbeiten muss. Und ich wollte ihn euch nicht vorenthalten, ich wollte ihn euch noch vor der Arbeit präsentieren. Und ich finde er ist auch sehr sehr cool, hat sehr sehr coole Skins. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den Proceratosaurus in die Kommentare schreiben. Und dann verabschiede ich mich für heute. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.